Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und heute sind wir im Shop vom 28. Wir fangen auf der rechten Seite an. Wir fangen auf der rechten Seite an. Ja, wir fangen auf der Seite. Fangen wir mit Sakria an. Und zwar haben wir den Sakria. Wie viel ist hin? 8 von 10. 7. 9 von 10. Dann, wie viel haben wir? 4,08 von 5 bei. Ah, 168. Zoomen Sie mal bitte an die Sakria ran. Weil die sieht schon echt cool aus. Nasenringengel hier, mega cool. Zum ersten Mal am 11. Januar 2019. Das hatten wir eigentlich auf der Schulter gehabt. Gleich guck ich alle möglichen Details an. Natürlich, weil es total wichtig ist. Nein, auf der anderen Seite. Okay, so ein, okay. 4.200 V-Bucks waren das, ne? 2.000. 2.000 V-Bucks, okay. Tugend. Für 800 V-Bucks. Joa, ziemlich cooles Teil. 9 von 10. 9 von 10? Jo. Ich geb dir 10 von 10. Okay. 4,18 von 5 bei 34 Worts zum ersten Mal am 11. Januar 2019. Trin gewesen. Fassner V-Bucks. Okay. Dann kommen wir zum Melker. Melker kriegt von mir 7 von 10. Im Shop gewesen. Dann haben wir den bösen Blick. Ja, den Evil Eye. Joa, ich find ich das nicht so geil. 3 von 10. Was? 3 von 10. Okay. 6 von 10. 3,06 bei 17 Worts zum ersten Mal am 27. Jahr 2019. Für den bösen Blick. Dann haben wir die Shadow Ops. Geben Sie mal bitte da ein bisschen näher ran an Shadow Ops. Dieser Funkeleffekt ist cool da unten am Arm. Ist geil. Das ist die Sonne. Ist trotzdem geil. So, ich find Shadow Ops sowieso ganz cool. Inzwischen. Früher fand ich den nicht so toll. Heute find ich es eigentlich echt ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. 5 von 10. 4,35 von 5 bei 54 Worts zum ersten Mal am 15. Letzember 2017. In dem Shop gewesen. Dann kommen wir zum nächsten Mal. 10 von 10. Definitiv 10 von 10. Mega geiler Emote. Nie Klatscher. 4,67 von 5 bei 18 Worts zum ersten Mal am 10. Januar 2019 im Shop gewesen. Für nur 500 B-Bucks der Knie. Dann kommen wir zum Whiplash. Für 800 B-Bucks. 8 von 10. 7 von 10. Für den Whiplash. 4 von 5 bei 52 Worts zum ersten Mal am 3. April 2018 im Shop gewesen. Dann kommen wir zum Karl-Markeule. Zur Karl-Markeule. Mega geil. 10 von 10. Finde ich total faszinierend, das Ding. 7 von 10. 3,75 von 5 bei... 3,75 von 5 bei 8 Worts zum ersten Mal am 22. Februar 2019 im Shop gewesen. Für 800 B-Bucks. Für 800 B-Bucks die Karl-Markeule. Dann haben wir den Pumpernickel für 500 B-Bucks. 8 von 10. 7 von 10. 3,79 von 5 bei 19 Worts zum ersten Mal am 8. August 2018 im Shop gewesen. Dann haben wir den Hot Rod, der mit seinem Totenkopf da drauf Flammenmuster auf einem... Gebe ich 1 von 10. 3 von 10. Ich finde den auch nicht so toll. 2,36 von 5 bei 11 Worts zum ersten Mal am 8. August 2019 im Shop gewesen. Ich habe das gemacht gerade eben. Also. Das passt aber überhaupt nicht. Das passt da überhaupt nicht. Epic Fail. So, dann haben wir hier diesen himmlisch animiert. Animiert? Oh ja. Das sieht aber eigentlich ganz nice aus, oder? Ja, schlicht halt. Relativ schlicht. Auch die Animation relativ schlicht. Ja, aber ich sage es mal so. Also Magma ist besser. Ja, aber ich finde die schon nice. Ja, ich gebe der... Ja, also wir gucken erstmal den Zykubel an. Oh, das sieht schon. Das sieht hauptsächlich aus. Das sieht echt ganz aus. Ich habe gesehen, die Sniper sieht krank aus. Wow. Die Sniper sieht übel aus. Gold und weiß. Holy shit, die sieht echt übel aus. Die Giegel? Ja, gut. Ja, die Giegel sieht auch cool aus. Ja, der sieht krank aus. Wow. 10 von 10. Ja gut, 10 von 10. Ich finde es ja nicht besser als Magma. Ich habe Magma 11 von 10 begeben, von daher. Also, ich gebe dem himmlisch 9 von 10. Okay. Schon ein mega fettes Teil. Also, wenn ich das so ein Video gefallen würde, dann würde ich mich selber like, auch abo und einen Kommentar vor ein bisschen rein und tschüss.